Willkommen zum Artikel zum schweren Panzerbau der Franzosen, Teil 4 diesmal. Wieder ein Artikel vom russischen Militärhistoriker Yuri Pascholok. Los geht's! Der lange Weg in eine Sackgasse heißt es. Auf der Parade 14. Juli 1951 in Paris zeigten die Franzosen ihre neue Technik. Die war zu diesem Moment noch nicht in Dienst gestellt worden. Die war schon in Dienst gestellt worden oder befand sich erst noch bei den Testläufen. Auf den Champs-Élysées fuhren Maschinen wie EWR und die Panzer ARL 44. Die zu dem Moment bereits in die Klasse von Jagdpanzern überführt wurden. Das habe ich in dem dritten Teil erzählt. Die Kulmination von der Parade wurden die Jagdpanzer Frosch und zwei Panzer AMX-50. Euch vielleicht als AMX-50B bekannt wie hier auf dem Bild abgebildet. Nur wenigsten wussten, dass die letzten in dieser Reihe Maschinen sicherlich nicht in Serie gehen werden und stattdessen bereits andere Maschinen projektiert werden. 1944 haben die Amerikaner eine neue Flugabwehrkanone 120 mm M1 in Dienst gestellt. Diese Kanone hatte ausgezeichnete ballistische Daten. Auch die Panzerdurchschlagstärke war ausgezeichnet. Und deswegen haben die im Januar 1945 entschieden aus dieser Kanone eine Panzerkanone zu machen. Die Kanone bekamen den Index T-53. Im Mai 1945 wurde empfohlen, zwei solche Kanonen in den schweren Panzer T-30 einzubauen. Und so kam es zu der Entwicklung des Panzers T-34. Ende 1946 stellte die Firma AMX ein Projekt von einer Selbstfaller Vierte dar. Und als Basis dafür diente der Panzer AMX-M4. Zum AMX-M4 habe ich ja schon in einem der letzten Teile erzählt, warum der mit dem so verfahren wurde. Die Maschine wurde auf deren Basis projektiert, aber wurde verlängert bis zu neun Fahrrollen je Seite. Sollte die Gefechtsmasse 58,5 Tonnen betragen. Und als Bewaffnung wurde eine 120 mm Kanone empfohlen. Aber es ging nicht über das Projektierungsstadium hinaus. Jedoch wurde das Projekt weiterentwickelt. Und da kam die Selbstfaller Vierte Foch daraus, die eben diese 120 mm Kanone bekam. Dieses Projekt wurde das erste Projekt, in dem die Ingenieure von AMX die 120 mm Kanone verwendet haben. Die französische Version der Panzer Kanone T-53 der Amis. Jedoch haben die Franzosen von den Amis nur die Ballistik der Kanone, das heißt den Lauf, die Lauflänge geliehen. Und weitere Bestandteile der Kanone haben sich stark überarbeitet, z.B. anderer Verschluss, andere Mündungsbremse. Im Frühjahr 1950 hatte AMX ein Konzept des MP4-Panzers entwickelt mit einem veränderten Bugteil und mit dem neuen erleichterten Turm. Es wurde im Laufe der Versuche verschiedene Varianten des Panzers erarbeitet, mit einer Gefechtsmasse zwischen 50,5 und 70 Tonnen. Von der Idee des Baus einer solchen Maschine wurde aber abgesprochen und September 1950 wurde noch ein Projekt vorgestellt. In dem blieb von dem ursprünglichen Projekt nur der Turm, in dem die Ingenieure eben diese 120 mm Kanone verbauen wollten. Und das sehen wir eben auf der Zeichnung hier, der, oder Blaupause, wenn ihr es so haben wollt, diese eben Maschine mit dem erleichterten Turm und 120 mm Kanone auf dem M4 Fahrwerk. Bereits auf den ersten Zeichnungen sah man, dass die Kanone 120 mm sich anders unterscheidet von den 120 mm Kanonen für die Selbstfallerfäden. Im Gegensatz zu den Kanonen bei den Selbstfallerfäden oder Jagdpanzern, die praktisch ein zweiteiliges Rohr hatten, hatte die Panzerausführung wie die T53 ein einheitliches Rohr. Dieser wurde aber nicht gleich eingeführt. Auf den ersten Maschinen war das Rohr zweiteilig. Der neue Turm sollte auf die IMX M4 Wanne aufgebaut werden. Jedoch stellte sich heraus, um den Turm besser anzuordnen, musste der Turmkranz verbreitet werden. Und da gibt es eben diese Zeichnung, da sieht man das IMX 50 Fahrwerk mit dem Wiegenturm und mit dem erleichterten neueren Turm. Juni 1951 datiert. Das Projekt der erleichterten Maschine wurde verworfen, aber nicht sehr lange. Zudem kehrte man im Juni 1951 zurück. Damals liefen noch die Testläufe für den zweiten Prototypen IMX 50. Der bekam eben die Wanne mit dem vergrößerten Turmkranz bis auf 3,4 Meter. Dann hat man noch alles abgewogen und sah trotzdem von dem erleichterten Turm ab. Aber die Idee der 120 mm Kanone wurde noch nicht aufgegeben. Und man wollte eben auf dem Wiegenturm eine größere Konstruktion versuchen, die eben für diese 120 mm Kanone geeignet ist. Der Turm wurde entwickelt von FAMH, französische Firma. Die erste Eskise des Turms, das die Bezeichnung TOA 120 bekam, hatte FAMH ein Jahr später, Juni 1952, vorgestellt. Und als Basis wurde der Turm des zweiten Prototyps IMX 50 genommen, der vergrößert wurde. Die Größe des Turms war 1685 mm. Zum Vergleich, der Ausgangsturm war bloß 1260 mm groß. Die Turmnische wurde verlängert um mehr als 600 mm. Und die gesamte Breite wurde 2840 gegen 2484 bei dem Ausgangsturm. Durchmesser des Turmkranzes wurde auf 2320 bestimmt und die Masse des Turms 20,2 Tonnen. Nur der Turm alleine. Die einfache Berechnung zeigte, dass sogar mit dem Beibehalten der aktuellen Gewichtsdaten vom Fahrwerk die Gesamtmasse des Panzers sollte auf 58,59 Tonnen steigen. Die Höhe beeindruckte ebenfalls 3,5 Meter, das heißt größer als die Maus. Dabei sollte dieser Panzer immer noch als mittlerer angesehen werden. Das ist eben der Prototyp mit diesem Toa Turm. Der erste Prototyp mit der 120 mm Kanone wurde 1953 gebaut. Die Wanne hatte die gleiche Konstruktion wie mit der 100 mm Kanone, wie auch die anderen Bestandteile. Die Gefechtsmasse des immer noch mittleren Panzers nach Unterlagen betrug 59,2 Tonnen Munitionsvorrat 50 Schuss, davon 18 innerhalb des Turmes. Der mechanisierte Munitionslager oder das mechanisierte Munilager Revolvertyps beinhaltete sechs Schuss. Die ersten Versuchsläufe zeigten, dass Gewichtszuwachs nicht ohne Folgen blieb. Es begannen Probleme mit dem Motor, der diese Belastung nicht standhalten konnte. Es kam auch zu Problemen des Lademechanismus. Die Mannschaft bestand immer noch aus fünf Mann und dabei war der Fahrerhelfer eher unnötig. Im Dezember 1953 wurde eine Aufgabe für einen flacheren MX50 herausgegeben. Mit dem veränderten Turm, der TOB 120 bezeichnet wurde. Die Gefechtsmasse der Maschine sollte auf 57,8 Tonnen reduziert werden, also um zwei Tonnen. Die Gesamthöhe reduzierte sich dabei auf 3,3 Meter. Immer noch sehr hoch. Javner überlastete Motor Maybach 295 sollte erst auf 900 und später auf 850 PS reduziert werden. Sogar mit dieser Leistung sollte der Panzer 50 kmh fahren können. Außerdem wollte man seine Panzerung überarbeiten. Man sah von einem gewalzten 90 mm Front ab und schlug stattdessen ein gegossenes Teil vor. Die Dicke der Panzerwände sollte zwischen 60 mm im Bereich von 60 mm variieren. Aber wegen größeren Neigungswinkel sollte die Panzerung effektiv bis zu 200 mm betragen. Gleichzeitig verzichtete man auf den Fahrerhelfer. Die erste Zeichnung der flacheren Wanne, dessen Höhe auf 1190 mm sank, wird mit September 1953 datiert. Dieser verwendet auch eine neue Bezeichnung des Panzers, Schar 50T-B. Und deswegen von dieser Bezeichnung geht auch die Bezeichnung des IMX-50B aus. Äußerlich veränderte sich die Wanne sehr stark und verlor quasi komplett die Gefolgschaft von IMX-45. An die deutschen Vorfahren erinnerte nur noch das Fahrwerk. Das Problem der Reduzierung von Motorabteilung wurde durch die Überarbeitung des Kühlungssystems gelöst. Und die Ventilatoren verschwanden von oben und gelangen auf die hintere Platte. So und hier haben wir den IMX-50 Surblinde bei den Testläufen 1955. Und trotz der aktiven Arbeiten zur Reduzierung der Höhe 1955 kam ein ganz anderer Panzer auf die Versuchsstände. Diese Maschine ist auch bekannt als IMX-50 Surblinde, also IMX-50 mit Zusatzpanzerung. Seine Masse war sogar höher als IMX-50 mit der 120 mm Kanone. Eine Serie der Projekte 1950 ohne Veränderung wurde praktisch als Basis genommen. Und wegen der Zusatzpanzerung oder was, fanden sie nicht mal einen Platz für den Fahrerhelfer. Die Bugplatte gab dem IMX-50 Surblinde eine Ähnlichkeit zum IS-3. Eine reduzierte Höhe hatte er nicht. Und die Gesamthöhe der Maschine wuchs nochmal um 10 cm. Anstatt des TOB-120 Turms hatte dieses Fahrwerk einen etwas veränderten Turm bekommen, TOA-120. Und im Laufe der Versuche IMX-50 Surblinde fanden sich Probleme, die bereits beim ersten IMX-50 bestanden mit der 120 mm Kanone. Diese Probleme wurden natürlich durch die Gewichtszuwächse, Massezuwächse und Größenzuwächse nochmal verstärkt. Und deswegen wurden die Arbeiten an dieser Maschine eingestellt. So, das ist die Eskise zum TCB-120 Juli 1954. Also die Entwicklungen an TCB-120 liefen ungefähr zur gleichen Zeit. Es gibt leider keine genaueren weiteren Daten zu dieser Maschine. Und man munkelt das praktisch als Alternative zu den IMX-50 B entwickelt wurde. Im Gegensatz zum TOA-120 hatte dieser Turm keinen Lademechanismus. Aber dieser hatte einen Entfernungsmesser und hatte höchstwahrscheinlich, also weiß man nicht, aber höchstwahrscheinlich einen höheren Panzerungsschutz. Und der Turm wurde auf diese flachere entwickelte Wanne aufgebaut, aufgesetzt werden. Der Missglück mit der IMX-50 Surblendee hielten die Arbeiten für lange Zeit auf. Man kehrte zu ihm zurück beim Bereich 1957 irgendwann mal. Die Gefechtsmasse blieb bei 57,8 Tonnen. Und man entschied die Motorleistung wieder auf 1000 PS anzuheben. Und man erwartete eine Höchstgeschwindigkeit von 55 kmh auf der Straße und 45 kmh im Feld. Und wenn man mit der Berücksichtigung des Fakts, dass der IMX-50 mit der Gefechtsmasse von 55 Tonnen nicht mehr als 51 kmh erreichen konnte, ist nicht besonders klar, wie diese Geschwindigkeitsangaben bei 57 Tonnen Maschine erreicht werden sollten. Etwas verändert wurde auch die Kanone. Die Munition wurde mit der Kanone T122 unifiziert, die auf dem amerikanischen Panzer M103 verwendet wurde. Der Turm Teo B120 wurde etwas länger wegen der Turmnische. Und dabei wuchs auch ihre Höhe auf 1705 mm. Munitionsvorrat wuchs auf 46 Schuss, davon 27 im Turm. Die Anzahl der MGs wurde auf 2 reduziert. Die wichtigste Veränderung war die Klassifizierung des Panzers. Fast 10 Jahre nach dem Beginn der Entwicklung entschieden sie, dass die Kampfmaschine mit einer Masse von über 50 Tonnen gar nicht als mittlerer Panzer gelten kann. Und jetzt wurde er in den Unterlagen Char-Lord 50 Tonne Sur-Basset genannt. Also Panzer schwer 50 Tonnen Klasse flach. Imx 50 Sur-Basset wurde 5 Jahre später gebaut, nach der Anfertigung der Zeichnungen in 1958. Die ersten Versuche zeigten, dass mit den dynamischen Daten die Militärs wahrscheinlich übertrieben haben. Schneller als 51 kmh beschleunigte der Panzer nicht. Der Motor zeigte wieder schlechte Zuverlässigkeit. Deswegen wurde er wieder in der Leistung reduziert auf 850 PS. Die Federung verhielt sich auch nicht sehr gut, da sie nicht für diese Masse ausgelegt wurde. Die letzten Unterlagen zum iMX 50 Sur-Basset wurden mit 7. Januar 1959 datiert. Eine kurze Zeit später wurde das Programm, das zu dem Moment 13,5 Jahre dauerte, eingestellt. Gründe wurden verschiedene genannt. Alle sind glaubwürdig. Die Panzerung entsprach nicht mehr dem Zeitgeist. Für die Kanonen der schweren sowjetischen Panzer, die als Gegner für den MX 50 angesehen wurden, war seine Panzerung bereits am Beginn der Projektierungsarbeiten zu schwach. Es erscheinen in der zweiten Hälfte der 50er Jahre der 105 mm Kanone der Briten, L7, verschlimmerte die Situation noch mehr. Außerdem, ab 1955 führte Frankreich zusammen mit Deutschland ein weiteres Projekt eines 30 Tonnen Panzers, bekannt als Europanzer. Diese Maschine zeigte mehr Perspektive als ein Panzer, der fast doppelt so schwer war. Im Bild haben wir ein Eskisseprojekt von Char Mo Yen Sur-Basset Ende Oktober 1953. Diese Maschine musste noch mal fünf Jahre warten, bis sie in Metall gebaut wurde. Und im Bild hier IMX 50 Sur-Basset oder auch Char 50TB bei den Testläufen 1958. Diese Maschine wurde die letzte aus dem Programm IMX M4 und außerdem die einzige, die offiziell als schwerer Panzer nachklassifiziert wurde. Als wichtigster Grund des Schließens des Entwicklungsprogramms IMX 50 war der Auftritt 1958 Juni von Charles de Gaulle als Premierminister Frankreichs. Der Goal, der Macht bekam, wurde zum richtigen Vernichter der übertriebenen Projekte von Militärtechnik. Das erste Opfer der neuen Leitung wurde der mittlere Panzer Batignol-Châtillon 25T, der eindeutig keine Vorteile gegenüber dem Europanzer bot. Der nächste an der Reihe wurde IMX 50. Was aber den französisch-deutschen Projekt betrifft, dieser wurde auch ein Langläufer. Nichtsdestotrotz wurde diese letztendlich realisiert und diese Maschine wurde der erste französische Hauptkampfpanzer oder Main Battletank, der bis heute noch im Dienste besteht. Was den IMX 50 betrifft, wurde die letzte Variante, die gebaut wurde, IMX 50 Sur Barcais, befindet sich heute im Panzermuseum der Stadt Saumur in Frankreich. In einer Halle, die dem Nachkriegspanzerbau der Franzosen gilt. Er steht neben dem ARL 44 und erinnert die Franzosen, was passiert, wenn man nicht rechtzeitig stehen bleibt mit der Entwicklung. Wie weit dann man kommt, welche absurden Projekte man noch entwickelt. 1946 bekamen die Franzosen einen der besten Panzer der Nachkriegszeit, aber der Appetitzuwachs führte zum Erschaffen des Monsters, der praktisch in den sich wild entwickelten 50er Jahren keinen Platz fand. Welche Quellen wurden bei diesem Artikel verwendet? Ich hoffe, das war interessant, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Damit ist es praktisch abgeschlossen, die Geschichte des französischen Panzerbaus ist somit abgeschlossen. Das waren vier Teile insgesamt. Ich habe sie ein bisschen hinausgezögert. Ich weiß nicht, ob jeder dann alle vier Teile gesehen hat, aber ihr könnt ja jederzeit in der Playlist auf YouTube sie nachgucken. Das ist absolut kein Problem. Mhm. Ja.